Unspektakulär, aber effektiv, der Sieg gerade. Gegen wen? Gegen USA, Rodgers Doherty, den 2,46 Meter großen Blogspieler von Todd Rodgers, den Professor. Der Professor wieder 1-2 Bälle unnachahmlich abgewählt, aber der gute Doherty hatte so ein bisschen Probleme heute im Angriff. Und die K.O.-Runde ist jetzt natürlich ein bisschen auch eine Lotterie. Klar, das war ja vorher klar. Bei den Mädels ist ja heute so ein bisschen schief gegangen. Das heißt, wir und Kathrin haben auch ihre drei Gruppenspiele sehr gut gewonnen. Haben dann ein schweres Los bekommen mit Kaiser van Iersel, haben das heute Morgen nicht gepackt. Und ja, wir sind jetzt eigentlich der Hoffnung, dass wir unseren Job in der Gruppe bestmöglich gemacht haben. Und das halt auch in der K.O.-Runde, egal wer da kommt, fortsetzen können.